Diese Illusion darf man sich niemals machen, dass es um irgendwas anderes geht in erster Linie als im Business. Aber was würdest du machen als Anfang 20-Jähriger, dem das so vorgezeigt wird, hier spielst du auf einmal Touren, hier hast du auf einmal Fünf-Sterne-Hotels. Ich versteh dich voll. Und auf einmal legst du dir dann vor und sagst, ah, deshalb die ganzen Fünf-Sterne-Hotels. Ach so, jetzt versteh ich's. Ich dachte, wir wären Freunde, aber deshalb. Also ich hab mir das ja nicht ausgesucht, dass ich sozusagen von Rassismus betroffen bin und in einer Welt lebe, wo sozusagen Rassismus einfach nicht wegzudenken ist aus dem gesamten gesellschaftlichen Konstrukt. Es gibt keinen Weg heraus, außer über die Aufarbeitung. Irgendwann hab ich mich gefragt, bin ich in diesem Rap-Business konkurrenzfähig? Wenn du's für den Fame machst, dann lass sein. Dann werd YouTuber, mach Schminktipps oder sowas. Aber fang nicht an zu rappen. ... ... ...